Das ist das Märchen vom Bauer Huber. Es hat Zeit gegeben, da hat man als kleiner Bauer gut leben können. Wenn Sie Ihre Schufa anschauen, ist es echt high noon. Mir ist bewusst, dass Sie kurz vor einer Pfändung stehen, Herr Huber. Ja, Mann! Die Welt ist halt nicht für die kleine Macht, denkt er. Ich gehe. Der Bauer hat sich doch im Osten eingehofft, ich soll den Betrieb übernehmen. Ach so. Und dass es nicht mehr schlimmer werden kann. Aber schlimmer, Gott immer. Huber, das ist bei dir. Jetzt, hau das auf den Tisch, der Huber. Packst du gut? Mit seiner Sau. So geht's nicht weiter. Huber, warum geht's nicht weiter? Er ist jetzt ein Gesetzloser. Huber! Manche färchten sie. Solange ihr einen Zaun um was baut, zwar sei ich nicht gehört. Scheiß hier drauf auf euer Privateigentum. Huber! Aber Abra Bar finde es auch gut. Also macht er weiter. So geht's nicht weiter. Nein. So geht's wirklich nicht weiter. Heut sei das Ende ist. Aber was willst du machen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017